einen wunderschönen guten morgen aus dem dschungel von bali ich habe gerade schon geguckt ob mein freund da wieder sitzt aber ich glaube das ist noch ein bisschen früh sonst kam der immer ein bisschen später ja ich bin momentan immer noch in ubud aber kann euch ja mal zeigen hier ist schon alles gepackt um 10 kommt der fahrer der fahrer den ich hier kennengelernt habe und holt mich ab und dann geht's nach changu hallo das bin ich ich heiße jana und ich liebe es um die welt zu reisen fremde kulturen zu entdecken und exotische tiere zu beobachten und durch satte grüne regenwälder zu wandern irgendwann kam dann auch wenn er dazu mein liebevoll ausgebauter zitrönen berlingo xl mit dem ich europa erkunde ich habe alles ganz alleine ausgebaut bett toilette alles drin abonniert meinen kanal um bei meinen abenteuern dabei zu sein und viel spaß beim heutigen video und nach dem frühstück habe ich noch was ganz besonderes vor ich zeige euch mal ich war gestern mit dem bruder von johann auf einem lokal markt das habe ich mir gewünscht und ich habe alle früchte gekauft die ich nicht kenne bei der weiß ich sogar den namen das ist die schlangenfrucht sieht man das ist der zuckerapfel das habe ich vergessen kann ich mal einblenden und das ist keine mango das ist ich habe es auch vergessen und die werde ich nachher alle schämen und essen und zeige es euch schaut mal er hat mich gehört da ist er wieder guten morgen das letzte frühstück hier der kaffee ist übrigens immer türkisch aufgebrüht sehr lecker so mein frühstück ist auf und jetzt schläft er sogar ich habe mich ganz still gesetzt weil er sonst immer wach wird so die stunde der wahrheit ist gekommen ich habe ein super messer und ein löffel ich habe leider kein anderes und ich habe einen pineapple juice falls es ganz schlimm kommt zum nachspülen ich fange mal an mit dem zuckerapfel der vajan der meinte ich soll ihn aufbrechen da sind ganz viele kerne drin dann probieren wir mal die kerne sind ganz hart und die frucht schmeckt vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie mangustin und so sehen die kerne aus gehe nämlich mit nach hause und pflanze ein so das nächste ist die schlammfrucht die hat halt eine sehr harte schale die ist etwas saurer als der zuckerapfel der ist sehr süß und von der konsistenz her so ein bisschen wie ein deutscher apfel da ist ein kern drin es geht weiter mit der ducufrucht da konnte mir leider niemand sagen wie die auf deutsch oder englisch heißt ich nehme mal die größte oh die sieht sehr saftig aus von der konsistenz her so wie litchi die schmeckt oh die kerne sind bitter also man muss aufpassen dass man die kerne nicht mit isst die sind sehr bitter ja die schmeckt weiß auch nicht vielleicht wie eine grape bisschen tropisch vielleicht aber nicht sehr stark aromatisch jetzt die wanifrucht hat er gesagt ich soll die wie eine mango aufschneiden macht sich natürlich besonders gut mit dem messer hier ist sehr saftig hat einen großen kern drin wie eine mango sie riecht sehr tropisch hat jetzt natürlich auf dem markt die reifesten früchte rausgesucht schmeckt gut von der konsistenz her wie eine reife mango vielleicht nicht ganz so stremig nicht so süß aber tropisch ja also zusammenfassend alle früchte waren sehr lecker war keine eklige dabei wie zum beispiel durian die mag ich überhaupt nicht der zuckerapfel ist sehr süß und hat halt sehr viele kerne in einer frucht das war die war nie die so ein bisschen aussah wie eine mango das ist der kern den habe ich jetzt vom fruchtfleisch befreit dann die schlangenfrucht war auch sehr gut in der einen frucht waren zwei kerne drin die ducufrucht war vom geschmack her auch sehr gut es war ein bisschen mühselig zu essen denn die kerne sind sehr sehr bitter und ja es ist ein bisschen fusselig sage ich mal so aber im grunde genommen haben alle früchte sehr lecker geschmeckt so ich bin fertig ein bisschen traurig weil es mir in ubud sehr sehr gut gefallen hat in chango weiß ich noch nicht das ist ja die instagramer homebase von den meisten ja ich glaube nicht dass dort so eine wunderschöne natur ist ich habe alles gepackt da steht mein gepäck mehr habe ich nicht dabei und jetzt verabschiede ich mich noch von warani und dann holt mich der newman ab tschüss mein freund schön dass du heute auf mich gewartet hast das ist übrigens der eingang hier der eingangsbereich und die rezeption so na dann tschüss hier gerade rüber ist auch ein kindergarten und dann will ich mal schauen Neumann müsste hier um die Ecke kommen. Allerdings nicht mit einem Moped, sondern mit einem Auto. Unser Weg von meinem Hotel raus ist super eng, aber durch die ganzen Marktstände hier. Wenn da ein Auto von vorn kommt, ist nichts möglich. So, ich bin da in der neuen Unkunft. Allerdings ist hier niemand. Ich muss jetzt mal warten. Ich weiß nicht, hier ist irgendwie keine Rezeption. Also die ist hier draußen, aber da ist niemand. So, ich bin da, so heißt es. Leider kann ich noch nicht einchecken, das war bei den anderen Gästenshaus anders. Da konnte ich, bevor der Check-In ist, auch schon einchecken, aber hier nicht. Aber schaut mal, ich lebe direkt an den Reisterrassen. Und ja gut, jetzt überbrücke ich die Zeit erstmal und gehe zum Strand. Ich habe den Strand gefunden. Ich hoffe, ihr hört mich. In den deutschen Medien kursieren gerade viele Videos. Bali wird von Müll überschwimmt. Dazu wollte ich mal was sagen. Also klar, haben die ja ein Müllproblem, wie in ganz Asien, Afrika und Südamerika. Aber das, was dort gezeigt wird, kann ich hier so nicht bestätigen. Ihr seht, der Strand ist relativ sauber. Und ja, ich weiß nicht, wo diese Videos aufgenommen wurden. Vielleicht weiß es jemand von euch und kann es mal in die Kommentare schreiben. Vor allem wurde gesagt, dass die Flüsse von Müll überschwemmt wurden. Ich habe die Videos auch gesehen. Also hier geht vom Meer aus ein Fluss ab. Ich zeige es euch mal. Und natürlich gibt es hier Müll. Also das ist hier so ein Bambus-Dingens. Aber das, was dort in den Medien gezeigt wurde, das kann ich so überhaupt gar nicht bestätigen. Und hier ist der Fluss. Ihr seht, hier baden die Kinder, die balinesischen. Hier sind Opfergaben. Direkt hier am Strand. Ein kurzes Statement von der ersten Minute hier in Canggu. U-Boot gefällt mir besser. Mal sehen, was ich nach zwei Tagen sage. Parken am Strand kostet hier 29 Cent. So, ich bin erstmal eingekehrt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht mal jeden Tag zweimal Mittagessen zu essen. Sondern irgendwie vielleicht was Gesundes. Und habe hier Granola mit Joghurt und Früchte. Und ein Erdbeer-Drink. Keine Ahnung. Mit Erdbeeren und Soda. Und kostet übrigens 3,92 Euro beides zusammen. Roomtour Canggu. Also hier ist der Pool. Und hier ist mein Zimmer. Mit Klimaanlage diesmal sogar. Schreibtisch. Schrank. Ich war selbst noch nicht im Bad. Oh, groß. That's it. Oh, lecker zum Nachmittagscafé gibt es eine Acai-Ball. So, bevor ich jetzt nach vorne gehe für den Sonnenuntergang, wollte ich euch mal einmal hier zeigen, wie es hier aussieht. Realität auf YouTube. Für noch mehr Realität hier ist Baden gerade verboten. Da hängt die rote Fahne. Und die Rettungsschwimmer pfeifen, wenn hier jemand etwas weiter ins Meer geht. Das ist genau mein Ding hier. Hier ist der Lifeguard. Der pfeift hier alle aus dem Wasser raus. Ich habe keine Ahnung, warum man hier nicht baden darf. So, ich bin jetzt hier in einem Warum, wo man sich selbst aussuchen kann, was man auf dem Teller haben möchte. Ich habe 60.000 bezahlt für Getränk und mein Essen. 3,48 Euro. Das war mein Tag heute. Ich habe Ubud verlassen und bin nach Canggu gefahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick von der Insel Bali geben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis bald! Ciao! Bis bald! Ciao! Ciao!